Und dann erstmal eine trockene Schnauze. Jawohl. Brav. Das ist eigentlich schon vom Lüther Schweinigen zu helfen. Tom, wo bist du? Ich habe einen Rund und ich sehe ihn. Gerade hinter dem Sand. Ich habe einen Rund und ich habe einen Rund. Ich habe einen Rund. Ich habe einen Rund. Ich habe einen Rund und ich habe einen Rund. 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 Ich bin in der Gimmel. Dimmel. Ich habe einen Rund gelassen. Ich spiele auch ein bisschen hängig. Ich glaube, jetzt sind Luftbrändchen. Ich kann hier nicht mehr verloren. Et wir gehen wieder wieder. Und sind hier? Wir kommen jetzt hier hin. Was ist denn das? Was ist denn hier? Ich bin jetzt hier, Mann. Das war's für 20. 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 Vielen Dank.